Nach diesem Video wirst du die besten Physikvorbereitungstipps bekommen von mir, wie ich 15 Punkte im Physikabitur geschafft habe. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschein. Und wenn für dich Physik auf dem Abiturschpeiseplan steht, dann bist du hier genau richtig, denn jetzt kommen von mir die besten Tipps, wie ich es selbst geschafft habe, 2017 in meinen Abiturberufungen 15 Punkte in Physik zu schaffen. Ist auf jeden Fall eine Challenge, aber definitiv machbar und wie das funktioniert, erfährst du jetzt. Erstens, bildlich zusammenfassen und damit ist natürlich der Stoff gemeint. Ja, also wenn du Versuchsaufbau hast, schreib nicht einfach nur eine Liste, was in dem Versuchsaufbau alles vorkommt, weil das wieder nur ausreichend lernt, sondern versuchst wirklich aufzuskizzieren, auch nicht abzuschreiben, sondern versuchst mal selbstständig aufzuskizzieren, ob du überhaupt das schon so weit verstehst, dass du ihn selbst zeichnen kannst. Weil das, wenn du zum Beispiel eine mündliche Prüfung in Physik hast, wird das garantiert drankommen. Und das kann auch in der schriftlichen Prüfung drankommen, deswegen unbedingt das mal ausprobieren. Genauso auch irgendwelche Formeln. Versuch dir das aufzeichnen, warum die Formeln sind. Ja, also versuch über Skizzen, über Darstellungen, dein Verständnis extrem krass zu erhöhen. Weil wenn du in Physik die Sachen nicht verstehst, ey, da kannst du so ausdehnlich lernen, wie du willst, da kommst du einfach, also in den Zweistellbereich kommst du nie, nie, nie ohne Verständnis. Deswegen unbedingt verstehen und das machst du am besten, indem du es dir bildlich aufzeichnest. Zweitens, sei in Mathe gut. Das ist eine total unterschätzte Sache. In Physik geht es zwar nicht primär um Mathe, aber wenn du mit Mathe Probleme hast, dann kann es sein, dass du in Physik es eigentlich verstehst, aber dann, wenn es zum Beispiel darum geht, das Verständnis, was du hast, auf einen bestimmten Sach, auf einen Sachkontext zu beziehen und dann da auch was auszurechnen, aber du tust dich zum Beispiel mit dem Taschenrechner sau schwer, das kostet dich so viel Zeit, das kriegst du vor allem im Abitur nie wieder rein. Deswegen bitte bereite dich sehr gut auf Mathe vor, weil das bringt dir gleichzeitig auch noch richtig viel in Physik. Wie du richtig gut in Mathe wirst, das findest du hier rechts oben auch unbedingt abchecken. Aber bitte, 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 auch wenn du Mathe hast und Physik liebst, fokussiere dich auch auf Mathe, weil ansonsten wird das in Physik leider nicht so gut werden, wie es sein könnte. Drittens, andere Physik-Abiturienten fragen. Erfahrungen sind gerade im Abitur und gerade im Physik-Abitur, weil gerade, wenn du schriftlich hast, das ist einfach mal wesentlich schwieriger als das Mündliche, unbedingt fragen, ja, weil ich glaube, gerade zum Beispiel bei uns in Bayern ist es so, dass bei Physik nicht immer so ganz klar ist, was dran kommt und wenn du das von vornherein nicht weißt, aber dann andere Physik-Abiturienten fragen kannst, was bei denen so war, das ist so wertvoll. Das heißt, wenn du älteren Bruder, ältere Schwester, Cousine, Cousins, Freunde, sonst Leute, die früher über deiner Stufe waren und die du sonst an irgendwelchen anderen Orten random siehst, fragt die, wie das war. Solche Erfahrungen sind so kostbar, deswegen erzähle ich auch gerne immer wieder aus meiner persönlichen Zeit, weil ich einfach weiß, dass euch das mit am meisten bringt, weil wenn du zu einer Person hingehst, die genau den Weg, den du bestreiten möchtest, schon gemacht hat, ja, dann ist einfach super smart, die Person zu fragen, wie das Ganze funktioniert und was ihre Erfahrungen waren. Deswegen bieten wir zum Beispiel auch in unserem Traum-Abitur-Coaching-Programm einfach auch persönliche Betreuung an, weil ich ganz genau weiß, dass genau das eben auch so viel bringt. Deswegen macht euch das unbedingt nutze, dass wenn du irgendjemanden, irgendjemanden in deinem Umkreis hast, der schon mal ein Physik-Abitur gemacht hat, unbedingt fragen, wird sich hinterher und raus definitiv auszahlen. Viertens, Formelsammlung sicher draufhaben. Ich war bei der Formelsammlung eigentlich auch immer jemand, der gesagt hat, oh ja, steht in der Formelsammlung. Aber ganz ehrlich, wenn du in der Abiturprüfung steckst und dir dann denkst, oh shit, was da? Und dann musst du erst die Formel suchen, die da jetzt angewendet werden muss, dann siehst du sie und du hast keinerlei Verständnis von dieser Formel, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du sie richtig anwenden wirst. Deswegen, bitte auf gar keinen Fall den Move machen, uh, steht ja eh alles in der Formelsammlung, sondern wissen, okay, steht in der Formelsammlung, dadurch habe ich Sicherheit. Aber trotzdem, vor allem die relevanten, das sind ja eigentlich nur 4, 5, 6, 7, 8, 9 Formeln, die wirklich richtig gut zu können. Ja, weil erstens sparst du dir so viel Zeit, wenn du nicht jedes Mal in der Formelsammlung suchen musst und dann ist es in der Prüfung und du stehst unter Druck und auf einmal bist du nicht mehr so sicher, welche es jetzt war und dann geht die ganze Verwirrung los. Deswegen am besten gleich Aufgabe sehen, was muss ich machen, okay, die Formel und ich kann die Formel und dann wende ich sie direkt an. Selbst wenn du dann eben an die richtig schwierigen Aufgaben kommst, wo du dann merkst, okay, shit, da muss ich die Formel trotzdem nachschauen, selbst wenn du sie, die richtige Formel findest und auch davon überzeugt wirst, dass es die Formel ist, dann bringt es dir so viel zu wissen, warum die Formel so steht, wie sie steht und was sie eigentlich berechnet. Weil ansonsten wird es einfach tricky. Ja, dann ist es so wie, das ist ein richtig beschissenes Gefühl, okay, weil du hast die Formel vor dir und du hast die Aufgabe vor dir und du weißt ganz genau, dass du einfach nur diese Formel auf diese Aufgabe anwenden musst. Aber weil du nicht wirklich verstehst, was diese Formel macht, kannst du auch nicht richtig verstehen, was muss ich da jetzt einsetzen. Und es steht ja in der Formelsammlung auch drin, aber trotzdem ist es nicht das Gleiche. Und gerade wenn Druck dazu kommt, kann es sein, dass du dann super unsicher bist und dann entweder es gar nicht richtig zusammenfügen kannst und selbst wenn, einfach auf dem rechten Weg super viele Punkte verlierst, weil du es nicht so sauber machst, wie es eigentlich gedacht wäre oder du interpretierst im Endeffekt das Ergebnis falsch und kriegst dann trotzdem wieder einen Punkt weniger, obwohl es ja in der Formelsammlung steht. Deswegen bitte vor allem die richtig wichtigen Formeln unbedingt drauf haben, unabhängig davon, ob sie in der Formelsammlung stehen oder eben auch nicht. Fünftens, unbedingt alte Abiturklausuren machen. Speziell in Physik ganz, 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 ganz wichtig, weil eben, zumindest ist es bei uns in Bayern so gewesen, dass einfach das schriftliche Physikabitur sehr herausfordernd ist und einfach teils nicht so klar definiert ist. Deswegen unbedingt, unbedingt die alten Abiturklausuren in Physik machen. Gilt natürlich für alle Fächer, würde ich euch empfehlen, aber gerade in Physik, weil in Physik kann man oft, sage ich mal, die Dinge verstehen, aber dann muss man sie eben, weil es auch teils so mathematisch ist, dann wieder anwenden. Man kann nicht wissen, okay, die Formels sind eine Formelsammlung, aber wenn man sie anwenden muss, das ist nochmal eine andere Sache, als einfach nur aus der Formelsammlung rauszulesen. Deswegen bitte, 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 weil Physik so ein starkes Anwendungs- und Verstehensfach ist, unbedingt, unbedingt, unbedingt die Altklausuren machen. Das bringt dir so viel. Lieber hast du den Stoff nicht so gut drauf und hast ihn dafür 28 mal angewendet, als dass du ihn perfekt drauf hast, aber noch nie eine Aufgabe berechnet hast, weil damit wirst du im Abi definitiv auf die Schnauze fallen. Also, das wollen wir natürlich verhindern, wenn du es ansonsten noch verhindern willst, nicht nur verhindern willst, dass du auf die Schnauze fällst, sondern vielleicht im Abitur sogar richtig hoch fliegst, dann empfehle ich dir natürlich unser Traum-Abitur-Coaching-Programm. Hierfür musst du nichts anderes tun, als einfach unter diesem Video auf den Link klicken, dich mit der Handynummer eintragen, wann du Zeit hast, dass jemand aus meinem Team dich anrufen kann, dir das Ganze vorstellt, erklärt, was wir so vorhaben, ob das Ganze für dich passt und wenn dem so ist, dann kannst du mit mir persönlich sprechen und wir schauen, ob ich dann dein persönlicher Coach werde, vor allem auch für das Abitur. Natürlich geht das auch für Leute, die erst in der 11.12., wenn ihr dann noch Abitur habt, also erst im nächsten Jahr oder in der 10. schon seid, tagt euch gerne trotzdem ein, ab der 10. Klasse können alle Teilnehmer mitmachen, darunter leider nicht. Ansonsten, denkt dran, einfach eintragen, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video, dein Leo.